okay und dann geht es gleich zum nächsten rätsel dann habe ich irgendwas falsch gemacht ich könnte mal andersrum machen dass die 1 zu 4 ist also so rum geht ja nicht anders dann ist die 9 die 2 die 1 die 4 und die 7 die 0 nein das lege ich mir jetzt nicht durch das muss ich wieder das nicht ausmachen wie man sieht das geht ist egal welche man zuerst sucht ok er wollte dass alle das geheimnis kennen uns alle befreien sie nutzten es um ihn in den wahn zu treiben das war jetzt auch wieder richtig einfach auch wenn ich erst nicht getroffen habe muss ja auch wieder okay da sieht man zum beispiel punkt punkt der strich strich punkt punkt aber keine zahl okay dann gucke ich einfach mal wie gesagt nicht in die länge ziehen zumal wir bei 16 minuten schon sind deswegen werde ich irgendwo davor dann einfach mal einen cut setzen und jetzt einfach dann durchziehen und dann aus der Einfolge dann 2 machen. Bevor ich jetzt hier einfach unterbreche. Kommt nicht gut. So, dann und zwar habt ihr blablabla, sondern ein, ja, unten links findet ihr Auto eine 2. Watt. Ich finde hier beim Auto eine 2. Seht ihr bei dem Auto eine 2? Ich sehe da keine 2. Okay. Auf jeden Fall ist es dann dann nehme es ein Rechtsartikel, das ja jetzt ist ja okay, gut. Ich sehe da wirklich keine 2. Wenn ihr eine gesehen habt, könnt ihr es mir gerne mal sagen. Das wäre nämlich total hilfreich. Also 2 gleich Strich, Strich, Punkt, Punkt. Wenn es wieder so ist, dann ist es natürlich wieder andersrum. Das ist 0 0 gibt es nicht. Okay. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Dann mach ich es einfach andersrum. Ach nee, es geht ja gar nicht andersrum. Das geht ja gar nicht. Aha! Ich kann ja gar nicht, ähm, schon. Wartet mal, das ist ja das ist ja chronologisch sortiert. So. Das ist jetzt, ähm, das was da nicht angezeigt wird. Und 9 ist das, was nach ist das hier. Weiter, Code. Da kommen wir noch ein paar mehr, wie es scheint. Äh, ja. Das kann alles das Richtige sein. Oh, der und des Momentos. So. Schade. Schade, schade. Ah, ich weiß jetzt auch, wieso. Ich voll depp, ey. So. So. Und. So. Alter. Oh, man. Und das nächste Rätsel geschafft. Jetzt langsam haben wir es. Jetzt muss ich aber echt auf die Uhr gucken, bevor wir noch mehr überziehen. Also noch haben wir Zeit. Jetzt wäre wahrscheinlich erst so Anfang der, ähm, ersten Folge. So drei, vier Minuten. Pima-Daumen. Aber eine Glühfe müssen wir doch hier schon geschafft haben. Mindestens. Eine. Wir hatten ja schließlich schon ungefähr sieben? Nee. Fünf. Fünf oder sechs Stück hatten wir auf jeden Fall schon. Nee, sechs Stück auch nicht. Fünf hatten wir. Fünf. Ja, leck mich. Ich hab halt keinen Tränke, wenn das so weitergeht. Hab ich überhaupt noch welche? Nee, ich hab keine mehr. So viel dazu. Ja, 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 ähm, ja, hab ich's schon. Die Glühfe kenne ich nämlich, die kenne ich. Das war nämlich eins von den Bildern, die wir dann aufgedeckt haben. Das war irgendwo hier oben, wenn ich mich nicht irre. Genau, hier war's. Genau, genau, genau. Und das andere ist irgendwo dort. Ich guck mal genau wo. Okay, ich war genau auf der falschen Seite. Hier ist es. Wahrscheinlich irgendwie bei dem runden Ding da. Was wahrscheinlich ein Türmchen ist. Dann haben wir die Karte auch schon hinter uns. Dann kommt wieder eine etwas kleinere. Zum Glück. Und dann kommen wir zu der ganz Großen. Oder? Ich glaub, ja, ja. Oder? Es gibt fünf Karten. Das ist jetzt die dritte. Ja. Dann kommt eine kleinere. Und dann kommen wir zu der wirklich schön. Zu der, wo wir jetzt auch unsere Hauptquests und so haben. Ich geh mal hier runter. Bevor ich jetzt nochmal irgendwie draufgehe. Meine Fresse. Alter. Fall runter. Irgendwo schocken. Ach nee, da ist so einer. Nee. Nee. Vergiss es. Ich lauf jetzt. Ich lauf jetzt. Bevor ich da wieder wie ein Krüppel hochkletter. Ich laufe. Der ist sowieso gut für die Figur, ne? Ich spart dann auch gleich etwas. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich hier die Lüfe nicht habe. Das wüsste ich. Na, da ungefähr müsste es das sein. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du sie. Nee. Okay, da muss ich weiter hoch. Weil ich sehe sie gerade nicht. So ein Pech aber auch. Man hätte sich ja Zeit sparen können. Kann man da hoch? Nee. Nee. Oh, ähm. Ein Schatz. Den nehmen wir doch einfach mal mit, ne? Okay. Den hätten sie aber auch behalten können, das ein bisschen. Na gut, ist ja auch die Anfangsstadt, ne? Nur, dass, dass da nicht viel Geld rumliegt, ist klar. Ich will noch kurz gucken, ob ich... Hier müsste es sein. Irgendwo hier. Ich sehe aber rein gar nichts. Das ist blöd. Ich gucke einfach mal aus. Einster Neugier auf der anderen Seite. Oder? Ist es... Nee, das ist ne... Das ist wieder. Hier ist es auch nicht. Gehe ich mal einen weiter runter. Dort ist es auch nicht. Ja, auch nicht. Oh man. Das zeigt mir aber schon mal, dass ich es auf jeden Fall nicht haben kann. Da ist es aber auch nicht. Hä? 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 Ähm. Habe ich irgendwas vergessen? Na ja. Hä? Wird er mich verarschen? Ich gucke nochmal. Bevor ich jetzt an dem falschen, ähm... geilen Bäumchen hochkletter. Nee, das ist... Das ist dort. Au. Bevor ich jetzt ganz hochkletter, ich glaube, ich... Hier muss es sein. Irgendwo hier. Katze nervt nicht. Nee. 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 Oh, komm schon. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich verstehe das nicht. Hier müsste sie sein. Irgendwo hier. Aber hier ist nichts. Oh, da etwa doch. Ich muss mal auf der anderen Seite des Turms gucken. Das geht nicht anders. Ich kann auch bestimmt... Ja, ich kann... Das ist gut. Dann gucke ich auf der anderen Seite des Turms. Ein bisschen. Jetzt mal. Ich lasse so lange mal meine Katze kurz raus, weil die voll nervt. So, jetzt ist sie draußen. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Gucken nebenbei auch mal, ob hier oben vielleicht noch was ist. Und hier ist auch nichts. Das ist ja duper. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Und hepp. Vielleicht ist es ja hier irgendwie dran. Nee. Nee. Das kann gar kein... Nee. Das war kein Rätsel. Halt die Fresse. Bin gerade leicht angepisst. Hier darfst du nicht sein. Hä? Alter? Wo ist denn das? Ui. Ich glaube, ich weiß wo. Nee. Hier ist es auch nicht. So viel dazu. Da ist es auch nicht. Auch nicht. Vielleicht ist es ja hier irgendwie ruhig hier unten und ich verpeile es deswegen die ganze Zeit. Aber hier ist es auch nicht. Nee. Und vielleicht gucke ich halt die ganze Zeit auf der falschen Seite. Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Ne? Hier. Da müsste es sein. Da. Kann man... Vielleicht kann man ja von da rein und dann irgendwie dort. Das könnte vielleicht noch sein. Machen wir das doch mal. Wenn ich den Ausgang finde. Da. Gucken wir mal. Ach genau. Davor gehe ich nochmal kurz einkaufen. Das sollte erst mal genügen, aber passt denn zu dir. So. Nee. Hier kann man auch nicht rein. Super. Super. Vielleicht erst mit der Quest und dann kann ich das erst freischalten. Vielleicht deswegen. Das könnte... Ah. Da ist es. Okay. Dann stimmt die Karte nicht. Hm. 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 Dann stimmt die Karte nicht. So. Hier müsste ich eigentlich... Ja. Hier müsste ich eigentlich hochkommen. Soviel dazu. Vorher ich da jetzt aber... Was sagt die? Ähm. Mit Spiele. Warte ich erst mal. Ah. Gut. Perfekt. Denn ich mache jetzt erst mal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Vielen Dank.